Unser Predigtext findet sich in dem Brief an die Hebräer. So schlag gerne Gottes Wort auf zu Hebräer, Kapitel 4, Vers 15. Hebräer 4, Vers 15. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort, Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Amen. Lasst uns beten. Geliebter Herr Jesus Christus, schenke uns durch den Beistand deines Geistes und durch den Beistand deines heiligen Wortes, unsere Schwachheiten immer mehr im rechten Licht zu sehen und auf dass diese uns mehr und mehr zu dir, unserem hohen Priester, führen mögen, auf dass du in allem verherrlicht wirst. Dies beten wir in deinem Namen. Amen. Nimm gerne Platz. Unser Predigtext beginnt mit dem Wort, Denn, und bezieht sich somit auf das zuvor Gesagte aus Vers 14. Was lesen wir dort? Dort heißt es am Ende des Verses, So lasst uns das Bekenntnis festhalten. Der Schreiber ermahnt sich selbst, um besonders die Adressaten seines Briefes am christlichen Bekenntnis festzuhalten. Diese Ermahnung finden wir an verschiedenen Stellen des Briefes. Ja, man kann behaupten, dass der gesamte Brief von Anfang bis Ende ein langes Mahnwort ist. Der Autor selbst schreibt am Ende seiner Abhandlung folgende Worte. Nun mag man sich vielleicht die Frage stellen, warum war diese Ermahnung nötig? Was war der Kontext, in dem sich die Adressaten befanden? Wie der Name des Briefes schon sagt, waren die Adressaten Hebräer, also Juden, die sich zu dem Herrn Jesus bekehrt und sich durch die Taufe zum christlichen Glauben und zur Gemeinde des Herrn bekannt haben. Und was passiert nun mit solchen, die auf dem Weg in das himmlische Jerusalem sind? Drangsale erwarten sie. So heißt es in 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 12. Alle aber auch, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und nicht anders war es auch mit den hebräischen Christen. Ja, wenn sie eins als Gemeinde ausgemacht hat, dann waren es ihre vielen Anfestungen. Ab dem Zeitpunkt ihrer Erleuchtung erwarteten sie viele finstere Täler. So lesen wir auch in Kapitel 10 des Briefes, in den Versen 32 bis 33. Erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Kampf der Leiden erduldet habt, in dem ihr einerseits sowohl durch Schmähungen als auch Drangsale zur Schau gestellt wurdet. Und was war nun die Versuchung, in welcher sich die Hebräer befanden? Der Teufel, die alte Schlange, wollte die hebräische Gemeinde verführen, zu ihrem alten Leben und ihrem alten, versklavenden, religiösen System zurückzukehren. Und wie groß war die Gefahr? Denk einmal darüber nach. Wir haben eben gelesen, dass die Hebräer sowohl durch Schmähungen als auch Drangsale zur Schau gestellt wurden. Wie viele Geschwister müssen von ihren eigenen Familien und Synagogen ausgestoßen worden sein? Nein, Geschwister, die alles verloren haben. Aber nicht nur das, wie viele von ihnen müssen verfolgt worden sein. Womöglich wurden auch ihre Gottesdienste gestört, ihre Gemeinschaften randaliert oder Geschwister körperlich verletzt. Und als wäre das nicht schon genug, so waren doch ihre äußeren Umstände nicht das gesamte Paket ihrer Anfechtung. Nein, der Satan, dieser feuerrote Drache, griff die Geschwister nicht nur von außen an, sondern auch inwendig durch Versuchungen aller Art. Verlockungen, böse Begierden, Ängste, Sorgen, Zweifel und so weiter. Und wahrscheinlich war das der schwierigste Kampf von allen. Wie groß muss die Bandbreite an bösen Gedanken gewesen sein, mit denen er die Geschwister angegriffen hat? Denkt einmal an die Pastoren der Gemeinde. Mit welchen Gedanken hat er sie wohl versucht? Schau mal, was für ein erbärmliches Leben du führst. Du investierst dich Tag und Nacht ganz in deinen Dienst. Und was ist die Frucht deiner Arbeit? Mitglieder deiner Gemeinde fallen ab. Skandale passieren. Deine Predigten, an denen du so viel arbeitest, wirken keine Heiligung in deinen Gemeindegliedern. Keiner bedankt sich bei dir und sieht deinen Dienst. Und schau mal nach draußen. Überall wird dein Name in den Dreck gezogen. Oder welche versuchenden Gedanken hat der Satan wohl den Gemeindegliedern ins Ohr geflüstert? Und macht er nicht genau dasselbe mit uns? Sind es nicht Gedanken wie die folgenden? Hast du es schon bemerkt? Seitdem du dich zu diesem Jesus bekehrt hast, ist dein Leben die reinste Katastrophe. Jeder einzelne Tag ist ein bloßer Kampf. Denke daran, was du alles wegen ihm verloren hast. Deine Familie, deine Freunde und dein Status auf der Arbeit. Oder denk einmal an die Probleme in deinem Haus. Glaube mir, es wird nicht besser werden. Oder du, liebe Mutter, du gibst dich den ganzen Tag mit deinen schreienden Kindern ab. Und dazu hast du auch noch wenig von deinem Mann, weil er so beschäftigt ist mit seinen Diensten. Weißt du was? Du brauchst auch mal Ablenkung. Nur ein wenig. Früher hast du doch immer diese Serien geschaut, diese bestimmte Musik gehört oder Sonstiges getan. Mach es wieder. Nur ein oder zwei Mal. Oder du, lieber Christ, du hast schon so lange mit dieser einen Sünde zu kämpfen. Nur du hast solche Probleme damit. Für dich gibt es keine Hoffnung mehr. Du brauchst auch nicht mit deinen Pastoren zu reden. Die werden kein Mitleid und Verständnis mit dir haben. Am Ende kommst du sogar noch vor die Gemeinde und jeder verachtet dich. Das Einzige, was dir wirklich helfen kann, ist noch mehr zu sündigen und dich von Christus abzuwenden. Ähnlich muss es auch den hebräischen Geschwistern ergangen sein. Und so wurde dieser Brief geschrieben, als Ermahnung am Evangelium festzuhalten, um bis ans Ende auszuharren. Aber ein Christ weiß, dass da nichts in ihm selbst und in der Welt ist, das ihn davon abbringen würde, abzufallen. Und so richtet der Verfasser des Briefes, inspiriert durch den Geist Gottes, den Blick der Gläubigen auf den Herrn Jesus Christus. Und das tut er von Anfang bis Ende. Wenn es einen Vers gibt, der den gesamten Hebräerbrief und unser ganzes Christsein zusammenfasst, dann ist es folgender aus Hebräer Kapitel 12, Vers 2, wo es heißt, Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und so wollen wir nun durch unseren Predigtext hinschauen auf unseren Herrn und einen Blick in das Herz unseres Erlösers bekommen. Und möge der Herr diesen Text gebrauchen, um uns in Zeiten der Versuchung die rechte Perspektive zu geben. Und das ist auch der Grund, geliebte Geschwister, warum ich diesen Vers ausgewählt habe. Denn ich behaupte, dass der tatsächliche Grund, warum wir letztlich in Sünde fallen, eine falsche Sicht und ein falscher Umgang mit unseren Schwachheiten ist. Die größte Gefahr in Zeiten der Versuchung ist, auf uns selbst zu schauen, statt auf den Herrn Jesus zu schauen. Was anderes als Verzweiflung soll daraus resultieren, wenn wir in unsere sündigen Herzen schauen. Gedanken um Gedanken, die uns anklagen, schuldig sprechen und verdammen. Gedanken, die uns sagen, dass wir keine Christen sein können, weil wir so viel versucht werden. Gedanken, dass wir in unseren Schwachheiten uns selbst überlassen sind. Aber all dies sind Lügen des Fleisches und des Satans. Der Politaner Thomas Goodwin, der ein ganzes Buch über diesen Vers verfasste, schrieb folgende Worte zu Beginn seines Werkes. Er sagt, Wobei der eigentliche Sinn dieser Worte, offensichtlich darin besteht, die Gläubigen gegen alles zu ermutigen, was sie entmutigen könnte, wenn sie an das Herz Christi denken, das ihnen jetzt im Himmel zugewandt ist. Und so möchte ich heute Morgen unsere ganze Aufmerksamkeit auf folgende Wahrheit aus Vers 15 richten. Christus ist der einzige und beste Beistand in Zeiten der Versuchung. Magst du alles vergessen, was ich heute Morgen zu dir gesprochen habe, so bewahre nur diese eine Sache in deinem Herzen. Christus ist der einzige und beste Beistand in Zeiten der Versuchung. Und so wollen wir uns nun mit dieser Wahrheit beschäftigen und auf das Herz unseres Herrn schauen. So heißt es am Anfang von Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Hast du das gehört? Christus, unser hoher Priester, hat Mitleid mit uns. Wann? In unseren Schwachheiten, sagt der Text. Sehen wir, wie verkehrt unser Denken über den Herrn ist? Denn wie oft meinen wir, Christus sei mit uns, sein Herz wäre uns zugewandt, wenn wir einen sehr geistlichen Tag hatten. Wenn unsere Gemeinschaft mit dem Herrn voll geistlicher Gefühle war, wenn wir viel gelesen haben, wenn wir auf der Arbeit jede Möglichkeit genutzt haben, um Zeugnis zu geben, wenn alles gut lief und wir kaum mit einer Versuchung zu kämpfen hatten, ja dann, dann sei der Herr mit uns. Aber wie törig sind doch solche Gedanken. Denn zeugt nicht unsere Erfahrung davon, dass gerade solche Tage uns verleiten, hochmütig zu werden, auf andere Geschwister herabzuschauen und auf uns selbst, statt auf den Herrn zu vertrauen? Aber der vor uns liegende Text offenbart uns etwas ganz anderes über das Herz unseres Heilands. Etwas, das dem Geist der Welt vollkommen fremd ist. Denn Christus hat Mitleid mit uns, sein Herz ist uns zugewandt in unseren Schwachheiten. War das auch nicht der Zustand, in dem uns der Herr berufen hat? Oder war es unsere eigene Kraft und unsere eigene Weisheit, die Christus dazu gebracht hat, sich unserer anzunehmen? Nein, den Mühseligen ist sein Herz demütig und sanftmütig zugeneigt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und sagt mir, sollte sich nun, nachdem er uns gerettet hat, etwas daran geändert haben? Selbstverständlich nicht. Es sind immer noch unsere Schwachheiten, die sein herzliches Mitleid uns gegenüber erwecken. Und wichtig anzumerken ist hier, dass das Wort Schwachheit im Griechischen allgemein allerlei Arten von Gebrechen und Anfechtungen umfasst, sowohl körperliche als auch seelische. Das heißt, da ist keine Schwachheit, die zu klein und unbedeutend wäre, als dass Christus ihr keine Beachtung schenken sollte. Aber es ist auch keine Versuchung, zu schlimm und zu groß für Christus, als dass er nicht imstande wäre, auch über solche Dinge sich in seinem Mitleid zu erbarmen. Aber bevor ich auf das mitleidige Empfinden unseres Herrn ausführlicher eingehe, möchte ich noch eine andere wichtige Sache hervorheben. Achtet darauf, wie der Verfasser des Briefes diese wundervolle Wahrheit, dass Christus Mitleid mit unseren Schwachheiten hat, zum Ausdruck bringt. Es ist ihm nicht einfach genug, zu sagen, Jesus hat Mitleid mit uns. Er gebraucht hier eine doppelte Verneinung, um die Lehre, dass Christus Mitleid mit uns hat, stark und vehement zu bejahen und zu bekräftigen. Damit möchte er jede Gegenfrage und jeden Zweifel sofort aus dem Weg räumen. Denn wie schnell ist unser niedergebeugtes Herz und besonders der Teufel darin, Gottes Wort zu verdrehen und in Frage zu stellen. Hat Christus wirklich Mitleid mit dir in deinen Schwachheiten? Nein, Mitleid hat er nur mit treuen und guten Christen. Aber du, schau doch, wie angefochten du bist. Du betest immer wieder, dass Gott dich nicht in Versuchung führt und doch wirst du täglich von denselben Dingen versucht. Das ist doch der Beweis dafür, dass Christus kein Mitleid mit dir hat. Aber genau solchen Gedanken lässt der Verfasser des Briefes keine Möglichkeit, Wurzeln zu schlagen und Früchte des Unglaubens hervorzubringen. Denn wir haben einen hohen Priester, dessen Herz den Seinen ganz zugewandt ist, egal welche Schwachheiten uns befallen, ob äußere Umstände oder inwendige Versuchungen. So führe dir vor Augen, dass all deine Schwachheiten, welche sie auch immer sind, Christus nicht abstoßen oder dazu führen, dass er sich von dir abwendet. Nein, das sind die Lügen des Teufels. Gerade deine Schwachheiten sind es, die sein mitleidiges Herz erregen und dir zuwenden. All deine Anfechtungen sollen dich näher zu ihm bringen. All deine Versuchungen sollen Treffpunkte sein, wo dein mühseliges Herz und das mitleidige Herz deines Heilands sich begegnen. Unser Herr ist den Drangseilen und Nöten reichlich zu finden. Er ist, wie das Sohelid sagt, eine Lilie, die im Tal deiner Schwachheiten wächst. Gerade dort begegnest du ihm. Und so, statt auf dein Herz zu schauen, das dich anklagt und niederdrückt, schau auf das Herz deines Herrn, das dir voller Gnade und voller Barmherzigkeit zugewandt ist. Lass dein Denken im Lichte dieser herrlichen Wahrheit erneuert und deinen Geist erquickt werden. Aber was bedeutet es nun, dass Christus Mitleid mit uns in unseren Schwachheiten hat? Dasselbe griechische Wort, das hier für Mitleid verwendet wird, kommt nochmals in Hebräer Kapitel 10, Vers 34 vor. Und dieser Vers hilft uns auch tatsächlich, mehr zu verstehen, was es heißt, dass Christus Mitleid mit uns hat. Dort heißt es nämlich, denn ihr, die hebräischen Christen, habt den Gefangenen Teilnahme, Mitleid bewiesen. Die Hebräer haben Geschwistern, die um das Evangeliums willen gefangen waren, Teilnahme bewiesen. Und wie sah diese Teilnahme aus? Wie müssen sie wohl innerlich bewegt worden seien, wenn sie an die Leiden ihrer Geschwister gedacht haben? Wie muss der Gedanke an ihre gefangenen Geschwistern, ihnen ständig präsent gewesen sein und großes Mitleid in ihnen erweckt haben? Haben sie nicht sicherlich die ganze Zeit den Zustand der Gefangenen betrauert und viele Tränen über sie vergossen, sich Tag und Nacht im Gebet vor Gott für sie verwendet? Und genau das bedeutet es, dass Christus Mitleid mit uns hat. Er, unser älterer Bruder, beweist uns Teilnahme, wenn wir uns durch so manche Versuchung gefangen fühlen. Wenn unser Herr schon über die Gebrechen der Volksmengen innerlich bewegt war, ja wörtlich seine Innereien bewegt wurden, wie viel mehr ist sein Herz dann von Mitleid erfüllt, wenn er dich, sein Eigentum, leiden sieht? Wenn Christus über das unbewusstfertige Jerusalem weinte, sag mir, wie viel mehr Tränen vergisst er dann über die Schwachheiten des geistlichen Jerusalems? Wenn ein Glied des Leibes leidet, so leiden alle Glieder mit. Wie viel mehr leidet dann unser Herr als Haupt des Leibes, wenn die Seinen von so mancher Not betroffen sind? Es heißt auch in Jesaja 63, Vers 9 über unseren Herrn, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Aber sein Mitleid geht weit über das Gesagte hinaus. Denn Christus leistet uns nicht einfach emotionalen Beistand. Nein, er möchte uns Erleichterung und Hilfe zukommen lassen in unseren Schwachheiten. Er ruft uns Mühselige und Beladene zu sich und möchte uns Ruhe und Frieden spenden. Er möchte uns aus dem Tal des Todesschattens hinführen zu den grünen Auen und zu den stillen Wassern seines Heils. Und als wäre das nicht schon genug, so tut Christus noch mehr als das. Er wartet nicht, dass du zu ihm ins Gebet kommst. Er selbst, als unser ewiger und vollkommener hoher Priester, verwendet sich vor Gott für uns. So wie Aaron die Namen der Söhne Israels auf seinem Brustschild trug, als er in das Heiligtum ging, so vielmehr noch Christus. Denn Christus trägt die Namen all derer, die durch sein Blut besprengt sind, auf seinem Herzen und betet für uns zu seinem Vater, wie er es für Petrus tat, dass unser Glaube nicht aufhört. So herrlich, so unbeschreiblich wunderbar ist das mitleidige Herz unseres Herrn, uns den Seinen gegenüber. Und wenn du all das gehört hast, lieber Bruder, fragst du dich vielleicht, wie es denn sein kann, dass der heilige und vollkommene Sohn Gottes Mitleid mit dir haben kann? Ist er nicht derjenige, vor dem die Cherubim ihre Augen zudecken und ausrufen, heilig, heilig, heilig? Nicht nur verdienen wir es nicht, sein Mitleid, sondern wie ist er als der Vollkommene überhaupt imstande, mit uns zu fühlen in unseren Versuchungen? Dass Aaron Nachsicht mit seinen Brüdern haben konnte, das ist verständlich, denn er selbst war doch auch mit denselben Schwachheiten befleckt wie sie. Aber unser Herr, all die Gebrechen, all die Kämpfe, all das Ablagen, all die Versuchungen, die uns Tag für Tag befallen, sind ihm doch fremd. Aber nein, wir täuschen uns gewaltig, denn wie es in unserem Text weiter heißt, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir. Hast du das gehört? Christus wurde versucht. Als er durch die Inkarnation Menschengestalt annahm, ist er uns, seinen Brüdern, gleich geworden. Das heißt auch, er hatte mit denselben körperlichen Gebrechen zu tun wie wir. Hunger, Durst, Erschöpfung, Müdigkeit, Leid und Schmerz. Aber unser Herr wurde nicht nur von körperlichen Schwachheiten betroffen. Er wurde auch geistlich angefochten und versucht. Ja, du hast richtig gehört. Unser Herr wurde hier auf Erden versucht. Zwar waren in ihm selbst keine sündigen Neigungen oder Begierden, die ihn zum Bösen versucht haben, aber alles um ihn herum war gegen ihn gerichtet. Alles wollte unseren Herrn zum Bösen verleiten. Vielleicht mag nun jemand einwenden, ja gut, unser Herr war zwar wahrer Mensch oder ist zwar wahrer Mensch, aber ist auch wahrer Gott und somit allmächtig. So muss es ihm doch ein leichtes gewesen sein, 30 Jahre unter uns gelebt zu haben. Das ist doch gar nicht mit uns zu vergleichen. Sag, ist dieser Gedanke nicht überaus tödigt? Stell dir vor, er ist ein krimineller Massenmörder und Verbrecher und dieser Mann wird ins Gefängnis gesteckt, in dem sich genauso böse Menschen wie er befinden. Denkst du, dass dieser Mann eine schwere Zeit in diesem Gefängnis haben wird? Nein, denn dort befinden sich genauso üble Menschen wie er. Aber nun stell dir vor, wie ein Königssohn, der in seinem ganzen Leben nie großen Bosheiten ausgesetzt wurde, an denselben Ort gebracht wird. Wie wird es diesem Prinzen unter den übelsten Verbrechern zu sein ergehen? Es wäre die schlimmste Qual auf Erden für seine Seele. Und nun sagt mir, wie viel unvergleichlich schlimmer muss es für unseren Herrn Jesus gewesen sein, der in alle Ewigkeit in dem Schoß seines Vaters saß, diesen finsteren und gottlosen Planeten zu betreten und unter uns Sündern gewesen zu sein? Heißt es nicht, in Hebräer 12, Vers 3, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Wenn schon Lot Seele, der doch auch nur ein Sünder war, unter den Sodomitern so gepeinigt wurde, wie viel schlimmer erging es dann dem vollkommenen Sohn Gottes. Und unser Herr Jesus wurde nicht nur ein wenig versucht oder bloß von Dingen, die nicht wirklich schwerwiegend sind. Nein, wir haben gelesen, dass er in allem, in allem versucht worden ist, wie wir. Diese Wahrheit ist schwer zu glauben und vielleicht denkt man sich, was? Mein Heiland soll von demselben und bösen abscheulichen Dingen versucht worden sein, von denen ich Tag für Tag versucht werde? Und doch ist es so. Das Leben unseres Herrn, das uns in seinem Wort geoffenbart ist, zeigt uns dies ganz deutlich. Wie viel Zeit könnten wir damit verbringen, all unsere Schwachheiten aufzulisten? Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Unserem Herrn sind all diese Dinge bekannt. Vielleicht sagst du auch hier wieder, ich bin so elend, Christus kann nicht versucht worden sein, wie ich. Ich bin so schwach, dass selbst wenn ich am frühen Morgen Gemeinschaft mit dem Herrn hatte und ich danach nur einen Schritt aus meinem Kämmerlein mache, trotzdem direkt versucht werde. Das ist doch nur bei mir so. Wenn es dir so geht, so denke daran, wie es unserem Herrn erging. Nachdem er getauft wurde, der Heilige Geist auf ihn herabkam und die Stimme seines Vaters aus dem Himmel zu hören war, ja sozusagen in einem Höhepunkt seines geistlichen Dienstes, was passierte da. Er wurde unmittelbar danach in die Wüste der Versuchung geführt. Vielleicht sagt ein anderer, ja, aber die Versuchungen, mit denen ich es zu tun habe, sind so böse, es fühlt sich an, als würde ich von dem Teufel höchstpersönlich versucht werden. Ich kann doch kein Christ sein, wenn ich von solch schlimmen Dingen versucht werde. So sag mir, von wem wurde unser Herr in der Wüste versucht. War es nicht tatsächlich der Teufel in Person, der unseren Herrn zur Sünde versucht hat? Der Politaner Matthew Henry schreibt zur Versuchung des Herrn in der Wüste folgende Worte. Welche Versuchung könnte schwärzer und abscheulischer sein? Die besten Heiligen können versucht werden, die schlimmsten Sünden zu begehen. Christus wurde versucht, Satan anzubeten. Unser Herr Jesus weiß, was es heißt, versucht zu werden. Er weiß um unsere Anfechtungen, denn er selbst hat sie durchlebt. Ja, er ist uns tatsächlich in allem gleich geworden, außer in einem Punkt. Denn wir alle ausnahmslos müssen uns im Angesicht unserer Schwachheiten an die Brust schlagen und zu Gott rufen, O Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Denn wie oft habe ich der Versuchung nachgegeben, wie oft bin ich die Unzeuge geworden, wie oft habe ich gegen dich gesündigt. Aber unser Herr Jesus unterscheidet sich gerade in diesem alles entscheidenden Punkt von uns Sündern. Und so schließt unser Predigtext mit diesen herrlichen Worten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir ausgenommen die Sünde. Christus durchlitt alle vorstellbaren Schwachheiten und doch sündigte er bei dem All nicht. Anders als wir gab er der Versuchung nicht nach, sondern überwand sie und war seinem Vater in allem gehorsam, selbst bis zum Tod am Kreuz. Hierin gründet unser Heil, dass unser Herr nicht gesündigt, sondern alle Gerechtigkeit Gottes erfüllt hat. Er ist unser ewiger und vollkommener hoher Priester, der nicht Tag für Tag nötig hat, erst mal für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, sondern der sich selbst als reines und makelloses Opfer für die Sünden der Seinen dargebracht hat. Und so ist Christus der einzige und beste Beistand in Zeiten der Versuchung. Er ist wahrlich ein Freund, der alle Zeit liebt und als Bruder für die Bedrängnis geboren. Er allein vermag wahre Nachsicht mit uns Unwissenden und Irrenden zu haben. Denn Christi Mitleid reicht nicht einfach nur dahin, dass er mitfühlen kann, wie es ist, versucht zu werden, sondern vielmehr noch, er hat stellvertretend für uns die Versuchung überwunden und über die Sünde gesiegt. Und so vermag er nun, wo er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, uns zu helfen, die wir versucht werden. Er vermag diejenigen völlig zu retten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Und so auch uns geliebte Geschwister. Sag mir, glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du, dass Christus dein barmherziger und treuer Hohepriester ist, der alle, die mit ihren Schwachheiten, Versuchungen und Anfestungen zu ihm kommen, völlig zu retten vermag? Siehst du, wie das Herz deines Heilands im Himmel für dich einen Sünder auf Erden schlägt? Über den schottischen Erweckungsprediger Robert Murray McShane sagte man, dass er so heilig und innig mit dem Herrn wandelte, dass es fast schon so wirkte, als würde dies alles natürlicherweise aus ihm entspringen. Aber sein Tagebuch verrät uns das genaue Gegenteil. Es gibt uns tatsächlich einen Einblick in seine zweifelnden Gedanken und was in all dem seine Stärke war. Er schreibt, Ich bin oft versucht zu sagen, wie kann dieser Mann uns retten? Wie kann Christus im Himmel mich von den Begierden befreien, die ich in mir wütend fühle und von den Netzen, die mich umschließen? Diese Gedanken sind von dem Vater der Lüge. Christus ist fähig, bis zum Äußersten zu retten. Wenn ich Christus im Nebenzimmer für mich beten hören könnte, würde ich eine Million Feinde nicht fürchten. Doch die Entfernung macht keinen Unterschied. Er betet für mich. Zitat Ende. Möge uns der Herr dieselbe Sicht in unseren Schwachheiten schenken. Ja, mögen da eine Million Versuchungen sein, Niedergeschlagenheit, Sorgen, Angst, Zweifel, Murren, Klagen, Menschenfurcht, Stolz, Wut, Bitterkeit, Unreinheit, sündiges Begehren, ja, was auch immer da sein möge, unser Herr Jesus Christus hat dies alles überwunden und er lebt nun, um als unser ewiger hohe Priester für uns zu beten, dass unser Glaube nicht fällt. Der Verfasser des Briefes teilt uns dann im folgenden Vers mit, was die praktische Anwendung für uns im Lichte all dieser himmlischen Wahrheiten ist. Er schreibt, nachdem wir all dies gehört haben, in Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. aus der uns der Herr nicht befreien wird, wenn wir zu ihm kommen. Er vermag alle völlig zu retten, die Gott durch ihn nahen. Wollen wir, nachdem wir einen solch herrlichen Blick in das herrlichen 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 was es den Herrn gekostet hat, uns elende Sünder zu erretten. Möge an seinem Tisch dein Herz dem Seinen nahe kommen und dich aufs Neue erquicken, mehr für ihn zu leben, der lebt, um sich für dich zu verwenden. Christus ist der einzige und beste Beistand in Zeiten der Versuchung. Und so sei der Name unseres Herrn und Heilandes gepriesen, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Amen.